hallo leute ich bin legendkiller und herzlich willkommen zu einem neuen video ich habe hier im workshop diese zombie map gefunden und ich dachte mal ich probiere die aus und nimm es mal live auch für euch als sozusagen heutiges video und wir gucken einfach mal was passiert ich sehe gerade die ganzen bot werden gekickt ich habe keine ahnung habe ich das spiel überhaupt richtig eingestellt da stand ich sollte einfach tzeit join ok wir gucken uns erstmal hier so ein bisschen um also wie gesagt es stand einfach im workshop war gerade unter dem beliebtesten heißt train zombie map glaube ich steht ja der name da zombie train station und ja wir gucken uns hier einfach mal um hier gibt es einen schalter den wir drücken können da sind die waffen hinter und granaten hier was gibt es denn hier kann man das öffnen oh geil kisten öffnen aber da ist nichts drin was haben wir denn hier oh fotos entry point ok strom gibt es hier oben gehen wir doch mal hier hoch alter muss man hier movement gruppe kann ich das drücken nein kann ich nicht oh ich habe eine mp wo habe ich hier denn her achso die habe ich wahrscheinlich gerade aus der kiste bekommen können wir hier irgendwas machen oh ok hier ist eine leiter gehen wir mal runter hallo runter runter und das verarschen türen gehen wir mal den gang weiter guck mal was es hier so gibt nichts oh ok ich werde zurück teleportiert fünf sekunden ok wieder hier ok oh diese fässer sind geil aber die bewahre ich mir mal lieber auf vielleicht braucht man die später noch ich weiß nicht was ist denn hier drin ich weiß gar nicht ob ich das richtig gestartet habe ob hier nicht eigentlich hätten zombies sein müssen oh medizin spritzen nice kann ich mich selbst mitteilen diese taktik teile sind so geil ich wundere mich nur das ist die oh ein coin ok habe ich mal einen coin gefunden ist das jetzt offen und können sie eine waffen aussuchen was passiert hier oh 25 sekunden welche waffe welche waffe ich weiß ich hätte mir mehr granaten nehmen sollen könnte nochmal öffnen bankautomat ja ich weiß gar nicht was das ziel ist ich glaube wir müssen das aktivieren dann werden wahrscheinlich die zombies oder so kommen aber warum ist das teil immer noch offen ach jetzt sind die 25 sekunden ist um hatte um es auch eine minuten cool dann ok wir gucken noch mal hier schnell ok wir aktivieren jetzt einfach mal diesen knopf hier runde 1 oha wie viele gegner sind da wo sind die überhaupt da ok wo ach da kommen aber wieder neue was muss ich überhaupt machen ich hätte mir die waffen echt alle rauswerfen sollen ok anscheinend runde 1 easy muss ich jetzt echt alle töten dann ist das doof das zu benutzen alter ich stehe das fass ich stehe das fass okay bam zombies tot hat mir das glaubt mir irgendwas zu besorgen wir kommen ganz neu ich weiß gar nicht ob das überhaupt ob ich irgendein ziel habe hm oh hier war das feuer offen ok das ist doof da hinzugehen scheiße oh shit what was musste ich überhaupt machen leute ich bin so verwirrt ok ok runde 1 einfach ok wenn ich jetzt auch wüsste was ich machen müsste also wir werden uns jetzt wahrscheinlich gerade dem das war doof von mir wir werden nämlich find the power ok wir müssen also oben strom anmachen ist gut das bringt mir die kiste mp ok ok ich glaub so ein g wäre hier ganz nice so keine munition verschwenden hier runter und strom anmachen haben wir vorhin schon mal richtig gemacht strom an jetzt werde ich wieder teleportiert oder auch nicht ich hab so viel life wir konnten gerade eben sterben hatte ich nicht noch irgendwas mit 100 life vorhin überhaupt so jetzt bin ich hier hat mir das irgendwas gebracht was steht denn da keine ahnung so fässer die frage ist nämlich habe ich irgendein ziel hier ja medikids braucht man immer wer die medikids nicht kennt damit kann man sich selbst heilen ich kenne sie halt aus diesen mission die man vorher machen musste also aus diesen wildfire mission no bonus warum krieg ich keinen bonus wahrscheinlich hätte ich das alles machen sollen aber ich hab auch was gibt auch was im zweiten dinge ich hab 25 sekunden oder so hä 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 geht das auf? nein geht das auf? ja es geht auf uh 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 m4 ne schalldämpfer noch mehr revolver noch mehr revolver die frage bringt mir das irgendwas muss ich hier raus komme ich hier noch raus ich werde zurück teleportieren in 5 sekunden ja ok man kommt immer wieder hier hin zurück jetzt ist echt die frage habe ich irgendein ziel denn ich sehe hier gerade nichts was mir irgendwie weiterhelfen würde na und da kann ich rein da könnte ich mir wieder andere waffen rausholen die brauche ich gerade aber nicht ok so ok hier ist das was ist denn hier hier war ich noch nicht auch nur ein fass dann ist die frage kommen immer wieder neue zombies und ich muss sie einfach nur töten hier ist mein spawn die frage ist gibt es hier ein ziel egal wir werden jetzt einfach mal die zombies holen und versuchen so lange wie möglich zu überleben kobe oh shit medikit medikit sind sie eigentlich schneller als ich oder bin ich schneller als die zombies oh die m4 hat ja so wenig schmuni es war eine dumme idee die zu nehmen hm ist echt die frage was ist mein ziel muss ich die alle töten aber da kommen aber wieder neue die töten sich schon gegenseitig ey what the fuck hm 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 mal ein paar waffen rausschmeißen ein ak nehmen so ach die lassen auch haben jetzt meine aufgehoben oder lassen die waffen ich glaube die meine waffen auf so könnte jetzt noch mal drauf drücken still easy runde 2 ach so steht er da und zwölf schuss was hat das kriegen wir dazu okay muni nächste waffe auch zehn schuss alt was ist das einfach nur müll ködergranate hey hmm ah jetzt ist die runde ich habe zeit mich vorzubereiten diegel farmers ich dachte ich habe zeit mich vorzubereiten geh hier hoch geh das auf geh das auf naja die farmers lassen wir hier wir holen uns unsere waffe die empfehler lassen wir auch hier oh ne ak die ist gut die ist gut schnell hoch schnell hoch schnell hoch schnell hoch schnell hoch oh komm geh hoch junge ist hier irgendwas ne ne könnte ich das irgendwie aufmachen scheiße scheiße öffnen 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 ah fuck ich will meine ak nicht wegschmeißen oh hier sind auch so viele ak's das sollte ich vielleicht immer in den runden machen nicht bevor ich die runden anfange ist hier noch irgendwas schnell runter da und da aber auch nichts okay ach da ist wieder so ein coin wir starten die runde jetzt mäh okay da ist ein coin öffnen kriegen wir jetzt mehr punkte alter die werden schneller glaube ich ja oh fuck fuck oh fuck oh juhu ist eigentlich voll das geile aim training ey das ich ja ich jetzt oh oh scheiß felsen lauf lauf mp9 aber ich brauche so medikit alter hier sind wir die letzten jetzt hier hoffe ich zumindest ich habe mich gerade ich habe ich einfach nur diese zeit überstehen muss oder er kommt noch ganz aber noch neue ach die stehen da schon alle und warten naja ok hier den die waffe dahin 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 bestimmt immer die diegel mollo ach komm alle waffen was ist das wo bin ich ach lol hier kommt man direkt hoch naja jetzt nehmen wir uns auch direkt wieder in der ak mit war das überhaupt gut dass ich hier hingekommen bin nein nein gib mir die diegel wie gut kann ich die ak hier rüber werfen fach was ich es gemacht ich habe windows taste gedrückt zack landet die unten korrekt ok ich werde zurück teleporten das heißt da unten müssen jetzt genug akars für diese runde legen scheiße ich brauche noch medikits medi 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 das war das weil das ist ein zombie drin müssen zwei zombies drin hallo kann ich ja durchschießen ich kann doch durchschießen so geben wir uns mal direkt davon eine und nehmen uns eine neue alles klar zack und mollo wir müssen alle so schön hintereinander das ist immer am besten kann man schön die klicks verteilen was haben wir eigentlich für eine runde alter die ziehen aber auch schaden ab aber das juckt die nicht mal ok oh nein 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 nicht dieser fels wieder ok nachladen so die sollen mal alle schön hinterher in einer reihe messern die sich gegenseitig ist auch für mich was wie viel hat der mir abgezogen naja aber ich glaube die map habe ich euch so ein bisschen gezeigt das spiel macht an sich fun wenn ich nicht zu doof dafür wäre ich hoffe mal das video hat euch gefallen sind jetzt auch schon 16 minuten gewesen und ich werde glaube ich mal den link zu dieser map falls ihr den selber spielen wollt in die beschreibung packen an dieser stelle recht herzlichen dank fürs zu sehen ciao